Hallo, mein Name ist Dina Reit. Ich bin Prokuristin bei SK Laser. Wir sind Sondermaschinenbauer und spezialisiert auf Lasersysteme. Ein Beispiel ist so ein Laser mit einem Drehteller-Rabar. Einmal bitte rankommen. Ich zeige einmal, wie das dreht. Hier kann ich also B- und N-laden hier draußen. Und innen, hinter dieser Wand, ist der Laser, der gleichzeitig lasern kann. Der Vorteil ist, ich bin quasi doppelt so schnell und habe einen höheren Durchsatz. Wir haben aber auch eine Standardmaschine. Und diese Standardmaschine können wir auch kundenspezifisch anpassen. Also die normale Standardmaschine sieht so aus. Wir können das aber anpassen, das Gehäuse beispielsweise durch eine Öffnung mit Laserschutzbürste. Wir können auch, gehen wir jetzt nochmal weiter, das verdoppeln. Und zwar haben wir hier zwei Öffnungen. Und der Vorteil von diesen Öffnungen mit Laserschutzbürste ist, dass ich lange Produkte, wie beispielsweise große Platten, einlegen kann. Von innen sieht die Standardmaschine so aus. Ich habe also die Z-Achse oben am Dach montiert, sodass ich hier unten viel Platz habe, um Produkte einzulegen. Das könnte man auch ändern. Man könnte beispielsweise ein Achssystem mit XYZ-Achse einbauen und dazu vielleicht noch eine Rotationseinheit. Man könnte auch hier vorne statt der Schiebetür eine elektrische oder pneumatische Hubtür einbauen. Und man könnte die Workstation natürlich höher und breiter bauen. Wie gesagt, so wie der Kunde das braucht. Falls Sie Interesse an so einer Lasermaschine haben, melden Sie sich gerne bei uns. Sie erreichen uns über unsere Website www.sk-laser.de Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.